so jetzt geht es weiter natürlich erst mal naruto und dann sasuke ja ja strong you you my dream is to surpass the okage someone who doesn't care about their friends is even worse naruto i want to fight with you too bring back sasuke just what are you if that's what it means to be smart then i want to be an idiot for the rest of my life i'm glad i made you my student why are you so obsessed with me never forget your friends i love you so come stand tall with me naruto stay strong and don't break your word i won't either that's my ninja way okay okay dann machen wir gleich mal sasuke hinterher i can't die here this is what itachi lived for i can't let it end here i'm sorry sasuke another time you aren't hurt scaredy cat you are weak hey you brain dead loser we're friends you think someone who can't even save a friend could become the hokage this is the last time to him your life was worth more than the entire village we're going to crush the hidden leaf i will always love you i'm going to create a true village until the real shadow appears i can't and 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 but this is also in the Es ist schon genug. Ich dachte, dieses Körper ist das, was du willst. Wenn ich das, was ich zurückgebe, werde ich es wegziehen. Wenn er das, was das, Madara wird noch mehr gefährlich sein. Das bedeutet, dass wir das nicht möglich sein können. Kakashi, er ist... Wir wissen nicht viel über ihn, außer dem, dass sein Name ist Black Zetsu. Aber es sieht aus, dass er etwas secretes arbeitete, während er mit Obito und Madara machte. Jetzt, nach all diesem Zeitpunkt, er hat Obito betrayed. Ja. Das bedeutet, dass er nur noch einmal den Matara akzeptiert als sein eigenes Master. Kakashi-sensei! Sakura? Was ist Naruto? Naruto! Die Nine-Tails wurden aus dem Naruto... Wenn wir nicht etwas machen... Das ist das, warum ich hier bin, Lord Forth. Ich brauche deine... Wenn ich meine Nine-Tails zu Naruto geben, wird er überleben? Ja! Es ist okay. Ich werde gleich da, um dich zu retten. Ich werde sie verloren. Nein! Ich werde dich nicht verabschissen! Ich werde dich auflegen... Naive... Du? War?! Du? Du? Wof! Was? Was? Was ist passiert? Ich... Ich bin sorry. Er hat... die Nine-Tails verloren. Jetzt wird Naruto sterben. Das bedeutet, dass die Krieg vorbei ist. Alles, was bleibt, ist... Mein Zeit ist gekommen. Lord Madara. Du bist schmerz, Zetsu. Ich musste hier rauskommen. Kakashi, das ist... Ja, so wie Obito. Er hat sich die Macht des Sechs Paths bekommen. Entschuldigung. Aber ich habe die Nine-Tails verloren. Entschuldigung. 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 Für mich bist du nichts, aber Madara. Der Mensch, der diese Welt, ist Madara. Alle, die ihre Ideen in ihren Herz und arbeiten, um den Infinierten Tsukuyomi, sind nichts, aber Madara. Du solltest du deine Mission haben und enden deine Existenz als Madara. Wie der Messiai, der die Welt hat. Ich dachte, du verstehst, wie die Dinge funktioniert. Nur wie der Sage von den 6 Paths uns gezeigt hat, dieser Welt ist eine Verlust. Der Sage von den 6 Paths nur die Hypokrasie der Menschheit. Chakra nur gibt es an Krieg und falsche Hoffnung. Während du und ich wir Frieden haben, wir auch die Krieg. Das ist die Realität. Die Infinierte Sufferung ist auf diese Realität durch die Kraft des Chakra. Das ist deshalb, dass ich ein neues Welt kreier werde. Durch den Infinierten Tsukuyomi, werde ich einen Traum-Würfen, frei von all diesen Sinister-Chakra. Das ist das letzte, und der, der größte Chakra der ganzen Welt hat. Ich werde alle leden. Und du bist auch ich. Nicht Obito. Das hier. Du bist Madara. Wie heute, du bist unser Saviour. Du bist immer der Messiai. Du bist immer der Schraub. Du bist hier. Du bist mit der Hohkage. Der Hohkage ist die Linke, die vor allem in den Himmelen, und werft alle die Schmerzen. He'll never have to walk over the corpses of his allies. A certain shinobi enlightened my idiotic brain. Apparently, even if leaders have to make people walk over their own corpses, they never walk over the corpses of their allies. I'll never let you walk over me again. Now I finally understand. Creating a false name and leaving everything to other people is different from entrusting something to your friends. I'm not you. I'm... Yes, right now, I'm... the one who wanted to be Hokage. You get it, don't you? You're... Obito Uchiha. I'm taking this. Kakashi, take Naruto into the space-time dimension. So that's his plan. Me too. Not so fast. If I try to leap without the proper planning, he could come for me when I'm wide open. I was wondering what you were planning. You're actually aiming for the tail beasts inside me. You're trying to save Naruto. But all you pulled out were fragments of the one-tail and the eight-tails. And you cannot jump back into that space-time dimension. Not while I am here. In the end, you fail to accomplish anything. You are just a powerless shinobi now. Yes, if I were on my own. But I remember what you taught me once. The Sharingan's true power is unleashed when the left and right come together. With both Sharingans together, we're strong. At least. Way stronger than someone who only has one Rinnegan. The goal is simple. I'm going to buy you time to leap to Naruto. That's all. Got it. Got it. And that'll be enough to save Naruto? Yeah. Leave it to me. And... I'll be the leader this time. I'll take the lead here. You're my backup, Kakashi. It'll be our first time teaming up in a while. Don't screw this up, Obito. Let's go. Oh, man. Okay. It's time to return right near you. Take it from here, will ya? You really think I'll just give this eye back for free? Take it from here, will ya? I don't have to do anything. Take it from here, will ya? How foolish. You must understand that this world of the Sixpads is a savior. The Chakra that the Sage of the Sixpads shared with everyone else. All that you need to connect. He explained this power to you. And tried to use it to eat them. But at some point, people stopped using the Chakra to connect. They started using it. This device, you can't get away. You can't get away. You can't get away. I'm a good girl. This one. I'm a good girl. I'm a evil girl. Take it from here, will ya? I'm a good girl. Overton, are you okay? This is nothing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Homi-Toe Es ist okay! Ich werde Naruto saveen. Können wir dich glauben? Ich konnte nie in einer straight line gehen. Aber jetzt... Ich habe endlich erreicht, mein Ziel. Alter Schwede. Ähm, ja, das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Ich muss jetzt nämlich noch ein paar Videos schneiden. Alter Schwede. Gut, haut rein Leute. Bis denn dann.